Herzlich Willkommen auf meinem Kanal. Heute mache ich Erdbeermilch mit Eis. Ich wünsche euch einen großen Spaß. Hier habe ich Erdbeermilch und Eis. Und anschließend noch Eis mit Karamellsoße und das Dettbechen. Sehr sehr lecker. Ich mache jetzt Herdbeermilch mit Eis. So und das ist das hier. Ich nehme Vanille-Eis. So. 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 Ich habe das hier jetzt rein getan. So. Jetzt kommt noch etwas mehr Spaß rein. Und jetzt kommt die Erdbewege rein. Und jetzt kommt die Erdbewege rein. Und jetzt kommt... Und jetzt kommt die Erdbewege rein. Und jetzt kommt die Erdbewege rein. Und jetzt kommt die Erdbewege rein. Mmmh. Mmmh. Sehr lecker. Das erste war auch sehr lecker. Ich würde sagen Note 1. Sehr gut. Jetzt mache ich Eis. Mit Caramelsoße. So. Ich packe das Eis mal auf den Teller. So. 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 Das sieht jetzt so aus. Und jetzt kommt die Erdbewege rein. Und jetzt kommt die Erdbewege rein. So. 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 Ich werde euch das mal testen. Ich würde euch das für jeden weiterempfehlen, ich würde sagen Note 1, das ist sehr gut und wenn euch das Video gefallen hat, lasst einfach ein Abo da und ein Like und ich melde mich dann im nächsten Video bei dem nächsten Video.